So, die Herde aus Dünnen, also Schwierigkeit lassen wir auf nochmal und ja, Geschichte haben wir ja schon angehört, deswegen legen wir auch gleich los. Jeder Einzelne. Und wir waren eindrucksvoll. Unsere Rüstung ist die stärkste unseres Volkes. So wie unser Wille auch. Na dann, okay, das darf ich alles so lassen. Ich spiele mit einer Agu. Oder nee. Ayus. Ayu? Ayu? Wie? Keine Ahnung. Irgendwie so. Ähm. Ich nenne es einfach mal Ayus. Alles Geschlecht wurde aus nichtigem Grund vom Kaiser und Erz. Kämpft, um ihre Ehre wieder zu herzustellen. Na dann. Helfen wir dabei, oder? Und los geht's. Die Herde aus Dünnen. Die Opfer von Exekutierten können nicht wiederbelebt werden. Okay. Na dann. So. Karte wird geladen. Ich war die letzte Daimyo, die in Mühre freigelassen wurde. Ich war die letzte Daimyo, die in Mühre freigelassen wurde. Fröhliche Jagd? Fröhliche Jagd? Apollion dachte, wir würden uns bekämpfen, um die Macht des Kaisers an uns zu reißen. Sie hatte recht. Jeder Daimyo, der ihre Prüfung bestand, war ein Kriegsverbrecher. Wir würden unser Volk zerreißen. Wir müssen Ziele töten, ne? Oder ich würde dem ein Ende setzen, bevor es überhaupt beginnen konnte. So. Und dann gucken wir mal, ob wir was Schönes finden, ne? Wo hat der Polly an euch abgesetzt? Das ist da bestimmt so ein Aussichtspunkt, oder? Was die Samurai sich nicht eingestehen konnten, war, dass sie sich bereits im Krieg gegeneinander befanden. Ich fühlte es ihnen nur vor Augen. Nee? Dann sprich dein letzter Weg! Ups, daneben. Wow. Wow. Okay. Ja! Okay, super. Ranja war fromm. Doch frömmigkeit. Entschuldigt keine Verbrechen. Ahjo, ihr wagt es, diesen Ork zu entehren, schwecht euch hinter eurem Wlauben. Ihr wagt es, mich herauszufordern. Oh, shit. Alter, Falter. Okay, ganz ruhig. Der Kaiser hatte recht, was euch betrifft. Okay. Ganz ruhig. Okay, super. Wo ist das für einer? Wo versteckt ihr euch? Wo ist das für einer? Der? Oh, ich bin jetzt. Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Dass ich mich jetzt mal auf einen Wunt, oder? Was? Oh, ich bin jetzt. Das ist etwas über... Ich bin jetzt. Hau ab! Komm schon! Okay, super. Wo steckt ihr denn? Feindliche Krieger vor Ort! Okay, super. Okay. Ich will mehr finden, ne? Der Pint ist in der Nähe! Habt ihr gehört? Gleich geht es los! So, das waren zwei auf einmal. Okay, super. Schön abwehren. Jawohl. Ich werde euch finden. Leg dich an was! Okay. Was ist da hinten noch? Ha. Oh, jetzt kommen Bogenschütze. Kisan war gierig. Er würde dem Volk mehr abnehmen, als es geben konnte. Ist da irgendwie hoch? Oh, jetzt kommen Bogenschütze. Ja. Es ist jemand hier! Ich will die Bogenschützen niederhauen. Ich meine Entschuldigung! Ihr habt euch als unwürdig erwiesen, Kisan. Okay. Ich sehe den Feind! Habt ihr das gehört? Feilhage. Ha. Okay. Okay. Nee, da kann ich nichts machen. Hm. Okay. Okay. Dann. Der Feind ist hier! Ich werde Kaiser sein! Ausweitangriff werde ich ja im Griff aus und lasse einen eigentlichen Angriff folgen. Okay. Was? W-A-S-D plus... Ich lasse euch unser Volk nicht ausquetschen, Kisan! Oh, shit. Flieh, du Memme! Ah, das war alles blöd gelegt. Ihr seid von Neid zerfressen! Der Feind! Und wir neu! Ihr seid keine Daimyo! Alter, der haut rein! Los! Los! Oh mein Gott! In Fahrt, Arjo! Das ist doch sinnlos! Jawoll! Haben wir doch gut gelöst, ne? Sprech deinen Letzten! Den Werden, ihr steigt mit! Wo hat der Polly an euch abgesetzt? Woh hat der Hammal! Woh hat der Hammal! Okay Auf zum nächsten Ziel Okay Ja, da sind sie Und haut der ab? Feindliche Truppen, da drüben Macht euch bereit Feindlich Besser feige als los Eure Untertanen fürchten eure Grausamkeit Und es ist euch egal Ihr täuscht euch in mir, Ayu Komm, haut weg Ich lasse nicht zu, dass ihr Kaiserin werdet, Ayu Okay, super Ich hatte es geschafft Jups Gegen zehn Feinde Unser Kaiser ist tot Die Schwarzenfelslegion steckt dahinter Apollion will doch nur, dass wir uns gegenseitig zerfleischen Nicht mit mir Wir werden in ein neues Zeitalter gedrängt Und dann Zähne... Wirkinder... Jawoll! Apollyon würde bereuen, mich verschont zu haben. So, ja gut, viel haben wir jetzt auch nicht erreicht. Oh mein Gott. Oh, wir haben Story Level 17 erreicht. Wie nix und net was, ne? Ich hatte damit gerechnet, dass der Bürgerkrieg der Samurai Jahre andauern würde, nicht Tage. Nichts kann Gegner verbünden wie ein gemeinsamer Feind. Die Wikinger hatten nicht die Zeit, Mühre mit ihrer Beute zu verlassen. Diese Orochi, Ayu und ihre neuen Verbündeten machten sich auf den Weg, sie aufzuhalten. Ja, dann machen wir auch mal weiter mit die Reste aufklauben. Auf, nochmal. Das lassen wir auch so bestätigen. Und dann lassen wir mal die Karte laden, ne? Mal gespannt, wie es weitergeht. Bis jetzt kann ich nicht, kann ich mich nicht beklagen über dieses Game. Ne, bis jetzt nicht. Ich folgte Apolleons Spur durch Möhre. Ich war auf der Suche nach Ayu. Was haben wir denn da? Weißt du vielleicht, wo Ayu ist? Ich hoffe, Ayu lebt noch. Und Feinde sind natürlich auch da. Natürlich. Was denn noch sonst, ne? Ich muss schnell zum Kampf. Das muss da oben so was sein, oder was? Ne. Was, Stummfront? Es, Blue Slater, stittern, loslassen. Für einen Stummfront. Was? Was? Okay, Spitze. Da komm ich immer noch nicht hoch. Was ist denn wieder da hoch? Apolleon ist der wahre Feind. Aber leider wissen nur wir das. Die Wikinger brauchen eine Lektion. Ja. Töte die Ziele, oder? Ja. Oder töte alle Wikinger. Okay, das war's. Das war's gut. Cool. Drei von fünf. Ja, super. Boah. 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 Alter, reg dich mal ab, du. Alter. Jetzt. Jetzt. Hasch. Jetzt vernichte ich dich. Offi! Komm! CL! Ha! Ha! Wo ist eure Beute hier? Okay ich habe es ist wenn die mich da runter schocken ja die erinnern nur schützt nur einen auch der noch das erledigt hier liegen viele tote daimyo um ich musste einen krieg verhindern schätze der kaiser hat sich in euch geirrt der ich auch sagen unsere nachbarn sind hartnäckig ja das sind sie sichert das doch wir treffen euch dort auch mal tötet sich die feindlichen truppen am top ok sicher dass dort 4 von 5 ja jetzt aber wir haben noch keinen aussichtspunkt ich wollte die wikinger schnappen bevor sie mit ihrer beute abziehen konnten ok komm herr Okay Das ist mal du und dann du Und dann du Can ich mir einmal helfe mir? Okay Okay Ich hasse die Kinder Schützen Vergesst den Befehl Wir haben Dringenderes zu tun Apollion gab ihm den Palast Es erfordert mehr als einen Palast, um über uns zu herrschen Wir stoßen den Emporkömmling vom Kaiserlichen Thron Ja super Oh, 4 mal 5 Nichts Kein Aussichtspunkt Naja Fast doch wieder nur 18 Nach 20 hingefehlt Mist Innerhalb eines Monats führte Ayu ihre vereinte Armee vor den Palast des Kaisers Nun waren nur noch zwei Daimyo übrig Sie und Seijuro Dieser Orochi aber würde den Lauf der Geschichte bestimmen you at you you Untertitelung des ZDF, 2020